Wenn ich das so sagen soll, dann sag ich einmal, es hat schon richtig gesprochen, weil es ist einfach super, man ist in der Natur, man geht vor die Haus, der sieht, der aus Spreikern, der schon losgeht und ja, wichtig ist einfach Spaß zu haben und ja, die Zeit nicht verlieren. Also Spaß daran haben und die Freunde nicht verlieren und es wird jetzt eine Autogrammstunde oder auch Viertelstunde geben, nützt alle bitte die Gelegenheit, der Bürgermeister möchte das Erste, ich möchte natürlich auch eins, das ist ganz klar, Sie sagt, steht er direkt neben mir? Ich freue mich schon, dass ich die Anstausgabe erkläre. Ich brauche also auch dringend deine Signatur von dieser mit der persönlichen Widmung, gell?